Weitere Level kommen. Domi ist auch mein Bruder? Ja, das stimmt. Und wir kriegen direkt eine Blue-Plattform. 22 Sekunden, okay. Das ist glaube ich so ein Standard-Blue-Plattform. Äh, was soll das jetzt hier werden? Oh mein Gott, okay. Aber jetzt, ja natürlich, alle haben Flügel, nur die eine nicht. Okay, come on. Come on! Das Ding ist, bei diesen Blue-Plattformen-Levelen kriegt man auch nicht immer Leben. Das ist der Nachteil. Wahrscheinlich mache ich hier jetzt ein großes Minus. Oh mein Gott, weil es keine Leben hier gibt am Ende. Da bin ich mir fast schon sicher. Deswegen darf ich jetzt nicht nochmal sterben. Okay. Ja, kein einziges Leben. Schade. Ist das ein Morse-Code? Boah, ich glaube das ist einfach nur ein random... ...ein random... ...ein random Beitrag. Okay. Ich denke mal, viele haben schon Probleme, das da aufzukriegen. Diese oberen Blöcke. Äh, okay. Ja, das könnte der Grund sein, warum es auf Expert ist. Aufblock. Okay, nice. So. Äh, okay. Also, ich kann hier rüber direkt, eigentlich. Was bringt mir jetzt das hier? Ja, gut. Ich hätte auch... ...ich hätte auch einfach so direkt rüber klicken können. Ja, moin. Und ja, wir kriegen die drei Leben. Perfekt. Schneller clear. First strike. Sehr gut. Aber ich halte das durch. Okay, gegen die Zeit. Äh. Weil ich muss... Ich muss nicht zwingend schnell sein. Nee. Ich muss nur den Bowser Jr. hier ausbrechen. Gar nicht mal so leicht ist tatsächlich. Okay. Komisches Argument. Nee, ich brille halt nicht plötzlich rum, ne. Deswegen kann man bei mir, glaube ich, schon ganz gut einschlafen. Oh Gott. Warum jetzt hier kein Power? Oh geil, ich brauche kein Power. Nee, ich schreie in der Regel nicht. Und wenn, dann schreie ich quasi leise. Ähm. Sehr nice. Ja, das war einfacher als das davor. Ich hätte vielleicht noch einen... ...nach Münzen Ausschau halten sollen. Ah, ist in Ordnung. Oh mein Gott. Also Junior. Release. Oh, es gibt eine neue Wette, Leute. Dacht du das nächste? Äh. Mehr weiß ich nicht über die Wette. Äh. Muss ich hier überleben? Hau da eure Punkte rein. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich muss hier wirklich einfach nur warten. Ja, der Mannschaft hört auf den Gumbo. So. Okay, ja, passt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt kommt ein Wetter. Ich wollte gerade schlafen. Geh ruhig schlafen. Oh Gott. Lea, Elea, Lena. Geh ruhig schlafen. Mario Link. Und Bianca, guten Abend wünsche ich dir. Schön dich zu sehen. Willkommen. Ach, oh mein Gott. Das geht alles runter. Ähm. Okay. Das ist ein komisches Level. Ist das in Ordnung? Nein, ich wollte eigentlich den Link nicht wegwerfen. Aber na gut. Ich hoffe, ich krieg wieder Link. Das wäre schön. Krieg ich meinen Link wieder? Ja, hier vielleicht. Oh Gott. Gib mir einen Link. Natürlich nicht. Kein Link für Blue. Hier ist ein Link. Oh mein Gott. Ist klar. Ich trau dem nicht. Okay. Nein. Nein. Ich krieg einen Link. Natürlich nicht. Hm. Der Helm kriegt leider auch nicht, ne? Oh shit. Ja, was ist das denn für ein Scheiß? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mich einfach direkt stacheln. Oh. 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 Ich krieg den Helm nicht. Nein, es ist... Nein. Das war falsch. Warum geh ich wieder in die Tür rein? Oh mein Gott. Ist das furchtbar. Wer braucht dann schon den offiziellen Weg? Jetzt bin ich hier schon wieder klein. Ich gehe 100% davon aus, dass ich da ein Power-Up ist und ich da rein muss, sofern ich unverwundbar bin. Okay, ist egal, ist egal. So, hier muss jetzt eine Feuerblume sein, in den Blocken. Okay. Oh mein Gott. Immerhin ist hier die Feuerblume. Theoretisch könnte ich mir hier noch einen Münzen farmen, aber... Nee, das machen wir nicht. Ich hoffe, jetzt kommt demnächst mal ein Checkpoint oder das Ziel. Das wäre beides eigentlich ziemlich cool. So, das kriegen wir einen Blödschar. Weil der Pocky läuft da unten, deswegen ist da Boden, genau. Nein, oh mein Gott. Okay. Hoch mit dir. Jawohl, sehr gut. Ich hoffe. Jetzt ist das Ziel oder auch nicht. Jetzt ist der eine Cooper gestorben, ich glaube es nicht. Okay, aber ich komme noch ins Ziel. Oh mein Gott. Ja, das Level war sehr, sehr komisch. Ich will ein paar Leben bekommen. Und das ist doch, glaube ich, ein schönes Level. Eins. Ja, man, man weiß nie. Es kann immer schlecht sein. Nur 10 Coins da oben. Egal. Wir sollten die Coins mitnehmen, wenn wir sie kriegen können. Aber natürlich ist hier ein Long Jump vielleicht. Natürlich. Ja, Long Jump. Ja, es ist voll, voll gemein. Voll gemein. Ja, auf First Try. Leider nicht. Dass ich nicht mehr Punkte gesetzt habe. Ja. Okay, nice. GG. Oh, nee, go. Die 15er Coins möchte ich haben. Sehr gut. Oh, okay. Ja, super. Jetzt kriegen wir hier drei Leben hinterher geschmissen. Obwohl wir die eigentlich gar nicht mehr brauchen. Ich kriege noch Coins. Ich glaube, wir kriegen keine Coins mehr. Oh, sag mir nicht die obere Box. Sorry, die Steiger. Okay. Doch, die obere Box war die richtige. Hättest du die... Ah, nee. Die untere Box war die richtige. Hättest du die obere genommen, dann... ...wär ich in die untere reingefallen und wäre dann gesoftlockt gewesen. Von daher, nee, das war kein gutes Level. 19 Sekunden. Oh, ich glaube, ich kann das hier cheesen. Ja. Oder auch nicht. Okay, irgendwo... ...muss das weitergehen. Oh, ich glaube, ich brauche einen Stern. Oh Gott. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber mal gucken, ob wir es lösen. B, ich sterbe. Naja, 19 Sekunden kann man das angeblich lösen. Und hier ist der Tod, oder was? Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Und die 19 Sekunden sind definitiv schon rum. Aber okay. Das ist in Ordnung. Das ist so cool. Okay, mit dem Schlüssel... ...könnte ich doch eigentlich wieder zurück, oder? Wir gehen mal hier rein. Das ist der... ...offizielle Weg. Und hier ist auch ein Aufschalter. Okay. Und jetzt können wir doch einfach hier landen. Ja. Müssen wir gar nicht in die andere Röhre gehen. Die ist entsprechend... ...ja, irrelevant. Ja, und hier. Wir gehen einfach so rüber. Oh Gott. Oh, 19 Sekunden. Ich frage es wie. Ja. Wahrscheinlich gab es irgendwo einen Cheese, oder so. Okay, full of cannons. Oh, und Kille, die haben einen guten Abend. Willkommen im Stream. Ist euch zu sehen. Das Level... ...sieht gut aus. Und warte, ich kann auch mit den Wigglern Leben fahren. Ja. Das machen wir natürlich auch. Ah, ne. Eine Kanone. Eine Kanone reicht. Eine Kanone reicht. Jawohl. Und nochmal. Und nochmal. Sehr gut. Sehr gut. Ich hoffe doch, das ist auch einen schönen Tag. Jawohl. Und willkommen. Und dann bringe ich einfach um. Den Kugel-Willi. Warum auch nicht. Damit habe ich schon einiges gecheesed. Und das wollte er, glaube ich, nicht, dass man den tötet. Aber passt. Passt. Warte. Bin ich jetzt im gleichen Raum wieder? Äh. Ich glaube, ich bin wieder im gleichen Raum. Oder darf ich den nicht töten? Äh. 41 Sekunden ist der Rekord. Ja, da oben ist überall der Tod. Ist das auch so ein Hardcore-Level, Kilian? Also, ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht diese Hardcore-Level spielen. Also, ich kann es mir auf jeden Fall wieder angucken. So für eine Viertelstunde. Aber, wenn es jetzt wieder so ein Hardcore-Level ist, dann weiß ich nicht. Oh Gott. Ob ich die Nerven doch zu habe. Aber ich will es sich ganz auf jeden Fall angucken. Okay, gut. Es sind Checkpoints vorhanden auf jedem Raum. Okay. Bin ich gespannt. Und wir wollen uns wieder rein. Ah ja, mit Checkpoints ist das, denke ich, okay. Oh Gott. Ja, super. Wohin muss ich rein? W, die rote Röhre ist falsch. Okay. Ja, super. Hat der Mannschaft jetzt einen Schlüssel oder was? Oh mein Gott. Okay. Wow. Also, manche Bauer sind wirklich doof. So, hier kann ich nach oben. Hier holt es euch. Oh, geht das? Ja. Oh mein Gott, man kann das sogar abkürzen. Aber das muss man sogar so abkürzen. Basic Spinning. Let it rip. Oh nice. Ich frage mich immer, ob die Creator das wirklich nicht checken, dass man den Helm gar nicht nehmen kann. Dass man den Helm einfach nehmen kann. Äh, da komme ich nicht rum. Und der hat einen Fallschirm, okay. Ja gut, wir nehmen einfach einen neuen Helm. Dann passt das schon. Theoretisch hätte ich in den Fragezeichenblock gucken können. Aber, egal. Wir haben den Helm und der ist besser als das andere. Ja. Okay. Wir sollten aber nicht zu viel kaputt machen. Definitiv nicht. Oh mein Gott. Ja, geil. Ähm. Du gehst mal kaputt. Ja. Wir lösen wir das Level einfach so. Oh mein Gott. Okay. Sehr schön. Und. Und. Japanische Zeichen. Äh. Äh. Tanuki wär geil. Aber wir kriegen den nicht. Ja gut. Okay, aber den kriegen wir. Ja, die Flamme kommt auch immer genau in den Moment Meine Güte, die Chance ist so klein Dass die Flamme da ist Und dann ist sie zweimal da Jetzt müsste sie eigentlich nicht da sein Ja, genau Okay, gib mir den Schwanz Und jetzt müsste ich es eigentlich schaffen Oh mein Gott Furchtbares Level Ah ja, jetzt schaffen wir es Und wir kriegen zumindest ein Leben wieder zurück Oder ja, zwei Leben wieder Sehr gut Perfekt Da haben wir 30 Level gelöst Und ich würde sagen, nach dem Killer Level Machen wir nochmal 30